Und servus, direkt wieder zurück im Studierzimmer von Il-Professore. Keine Pause gemacht, einfach weiter, weiter, weiter. Unglaublich, wie man dann gegen Ende auf einmal so versagen kann, wo man sich gefühlt, ah, na, 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 gefühlt ja eigentlich schon beherrscht hat, gell. Das war eine Folge, direkt für die Tonne, zweimal gut kämpft und drei, viermal total beschissen. Oder auch nur zweimal, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall muss da jetzt einfach eine Kontinuität reinkommen in die Konta und alles. Dann wird das auch was, komm schon. Ah, ich hab mich drauf konzentriert, ob er fliegt oder das macht. Scheiß echt. Okay, ein bisschen beobachten, dann wird das schon. Hopp. Und die Zeit hier mit ihr einfach nutzen, dass er einfach, ja, viel ablenkt, kommt. Ja, toll. Schon wieder eine Heilung. Und dann, wenn ihr dann heilt, dann komme ich nicht mehr zum Kontern. So ein Mist. Ah. Du kannst einen falschen Zeitpunkt erwischen und den total falschen Zeitpunkt. Das ist die Kacke. Komm jetzt, wer geht's dann? Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Scheiße. Komm, mach's nochmal. Muss jetzt so, Heinz. Geht nicht anders. Hab zu viel verbraucht. Hm. Ich hab gekontert. Ich hab verdammt nochmal gekontert. Den Kampf kann ich vergessen. Was soll ich denn da jetzt rumkrämpfen? Los. Bring dich um, du Idiot. Bringt nix. Hopp. Mach jetzt. Da, kann ich vergessen. Wenn du schon so viele Tränke verloren hast. Und der hat noch immer 60%. Brauchst nicht weitermachen. Oh, jetzt erlebt er mir auch mal eine richtig schöne, wütende Phase. Geh? Weil es einfach ein Gegner ist, wo es nicht nötig wäre. Es ist nur die Konzentration. Wahrscheinlich kannst du den ganz sauber wegfegen. Aber irgendwie pickt mich der Scheiß jetzt komplett weg. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ich wollte ja eigentlich einen ruhigen Playthrough machen. Aber das ist halt bei den Spülen so. Das kannst du nicht ausblenden. Wenn der Gegner überhaupt nicht liegt, dann passiert das einfach. Dann wirst du aggressiv. So, jetzt. Dass da diese blöde Schrift immer nebendran kommt. Das ist das, was mich rausbringt. Ey, ey, ey. So, ich nehme das hier. Ich bin einfach zu dumm, Leute. Das gibt's nicht. Sorry, aber es ist einfach so. Ich bin jetzt so draußen, weil die anderen Kämpfe so gut liefen und es trotzdem mitgereicht hat. Und das mit dem Blödsinn, das sich auf den anderen konzentriert, ist einfach scheiße. Die Charaktere, die da dabei sind, sind nur Idioten. Jo, jetzt hauen wir es sehr gut. Also, komm. Ist doch wahrscheinlich ganz gut, dass die Youngin irgendwie dabei ist. Komm, ich muss darauf konzentrieren, dass das was Positives ist. Dann passiert es auch nicht, dass ich da so ein Theater habe. Weg, weg. Jetzt hebt sie mal richtig lang durch. Das gibt's nicht. Und jetzt kann ich... Doch, kann ich kontern. Gott. Weg, weg. Ich hab gekontert. Verdammt noch mal. Und auch hier, wenn die Scheiße beim Trinken nicht funktioniert. Gott, verdammt noch mal. Konnt's wieder vergessen. Jo, konnt's wieder vergessen. Scheiße. Blöder Mist. Blöder echt. Wieder ein bisschen beruhigen. Dann funktioniert das auch besser. Jetzt hab ich davon, wenn ich zwei Folgen mit jeweils zehn Minuten hab, wo ich nur ausraste und den Kram da hab. Blödsinn. Ja, ja, weg jetzt da, du blödes Viech. Hau ab! Nein, nicht aufregen. Ruhig weitermachen. So. Ganz ruhig, konzentriert. Dann schaffen wir das auch. Woosa, wie's so schön heißt, gell? So. Jawohl. Das hat jetzt gut geklappt. Ich komm hier gar nicht weit genug, weh? Von gegen rein in den Kampf. Für mich das. Das ist einfach scheiße. Könnte mal ausweichen. Ich hab doch gekontert. Hör doch jetzt mal auf mit der Scheiße! Mann! Hab ich nicht gesagt, wir müssen nicht aufregen? Hm. Sollte ich vielleicht mal wieder versuchen, gell? So was dämliches. An so einem Scheißgegner. Das kotzt mir am meisten an. Der hat kein gutes Moveset. Der ist nicht besonders schnell. Es ist genau dieser verzögerte Drecksscheiß, der mir auffällt zu performen. Das ist genau das, was mich ankotzt. Dass er ein Gegner ist, wo es eigentlich keinen Grund gibt, dass er dich so lang beschäftigt. Und dass du ihn schon zweimal so runtergeprügelt hattest. Ich glaub sogar schon dreimal mittlerweile. Und dass man es einfach nicht schafft, weil dieses blöde, komische Gemauschel da für mich nicht durchsichtig ist. Das ist einfach nur Kacke. Jetzt macht er noch ein drittes am Anfang. Jawohl, super. Genau, fang doch an. Ja, genau. Fang doch an, jetzt ein komplett neues Moveset noch zu machen. So. Das gibt's nicht. Warum funktioniert das nicht? Diese paar Scheißattacken, die er da hat, die sind einfach Kacke. So, langsam, bis wieder das scheiß Kier, bis er aufgebraucht ist. So was ich hab. Nein, jetzt hab ich's nicht durchschaut. Oh Gott, es ist so beschissen, Leute. Es ist so beschissen grad für mich. Das glaubt's doch nicht. Doch, ihr hört's ja. Ihr hört's ja durch und durch, dass das nicht funktioniert. Diese blöden Haare, die überall im Weg sind, dass du diese Tentakel nicht siehst, dass er sich so dumm im Kreis rumdreht. Ich kann tausend Sachen beschreiben, was mir an dem verfickten Drecksviech IOE so anpisst, echt. Wahrscheinlich ist immer das Mikro jetzt übersteuert. Dann hört sich total scheiße an. Das ist das Nächste. Na, einfach simply nicht über die Technik. Ich hab keine Angst. So, also jetzt komm ran, 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 ran. So, warten. Jawohl. Ich hab doch jetzt gekontert. Bin so blöd. Gott. Jawohl. Rein, rein, rein. Sehr gut. So früh muss das nämlich kommen. Dann hast du auch eine richtige Chance gegen das Vieh. Weg. 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 Nein! Okay, warten, warten. Einfach warten. Hongying, mach was. Ich hab nix mehr an Ki. Ich kann nicht mehr kontern, du Arschloch. Verdammt. Oh Gott, des Mühen. Oh Gott, des Müll nicht. Mach was, Hongying. So, und dann ist sie verregt und dann kann ich mich auf ihn konzentrieren. So. Ich glaub, das war jetzt gut. Ich glaub, da geht immer was. Jawohl, sehr geil. Ran, 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 ran. Oh, jetzt. Jetzt. Jawohl, sehr geil. Komm. Einfach weiter. Ayo, eh. Komm schon, hauen wir dich um. Weg, 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 weg. Mist, weg. Ein. Komm schon. Langsam das Ki aufbauen wieder. Langsam das Ki aufbauen wieder. Oh Gott, echt, ey. Bitte, lass es mir jetzt schaffen. Weg. Komm nicht mal. Ich krieg kein Team mehr hin. Jetzt mach doch endlich. Du Scheiße, Echte. Ich glaub's nicht. Pick dich ins Knie. Komm, Bock mehr auf die Scheiße. Meine Güte. Meine Güte, echt, ey. Ist das wirklich nötig? Sich so dumm batzelt aufzuregen. Ist das wirklich nötig? Und ist es wirklich nötig, so ein scheißblödes, groteskes Drecksmonster da reinzuhauen, Mensch? Wo doch jeder weiß, dass... Ach, fick dich doch ins Knie. Ich mach aus für heut. Nehmt's nicht so ernst. Ich muss das kurz rauslassen und dann ist es auch alles wieder gut, gell? Ist kein Problem. Ich mach das beim nächsten Mal und irgendwann hau mir das Fischerloch um, versprochen. Piaati. Piaati. Piaati.